Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Pokémon Schwarze Edition für den normalen DS hier auf meinem Kanal HannesSpielerGalaxie. Ja Leute, wir sind schon unheimlich weit gekommen. Wir sind heute stehen geblieben, also das letzte Mal sind wir im Part 38 stehen geblieben. Und heute wird es der 39. Part. Ja, wir sind schon weit gekommen. Nicht mehr lange, dann haben wir endlich den 40. Part zu Pokémon Schwarze. Wow, schon ganz viele Videos. Ja, ich würde mal sagen, wir starten. Ich wünsche euch natürlich wieder viel Spaß beim Zuschauen und es geht gleich wieder los. Let's go! Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht getäuscht habe, dass das der 39. Part ist. Ich denke, dass es der 39. gewesen ist. Falls nicht, dann ist es eh schon der 40. Part. Naja. So. Das ist der Arenenleiter. Mann. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Dankeschön. Wir sind schon beim Arenenleiter. Und zwar sind wir heute um den... Warte, jetzt schaue ich nochmal nach, bevor ich mich nicht verspreche. Ähm. Ja, Hannes Spielgalaxie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir sind heute dabei, den siebten Orden zu ergattern, Leute. Orden Nummer 7. Und zwar müssen wir den Ice Champion sozusagen pulvisieren. Pulverisieren. Ja, da wäre Eugen die beste Wahl. Oder auch George. Ja, ich denke, wir machen mit George, da Eugen eh schon so stark ist. Upsi, schwupsi. Der 2DS hat sich verschoben. Und unser erster Kampf in der Eisarena fängt an. Ich sehe dir schwindelig von Aufbau dieser Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Ha, das hättest du wohl gerne. Ich bin auf jeden Fall im Vorteil mit, äh, George. Da Kampf-Pokémon sehr stark auf Eis-Pokémon wirken. Da auch Kampfattacken gegen Eis-Pokémon sehr effektiv sind. Ja, wir starten mit dem Durchbruch. Boah, gleich mit einem Schlag besiegt. What a power, sag ich nur. Broza. Ja, Broza wäre nicht schlecht zu haben. Ja, ich denke, wir setzen es durch Doppelkick. Geduld möchte ich mir lassen, da das so stark ist. Ja, Frigometri, alles klar. Das Eis-Pokémon. Ja, ich denke, wir setzen jetzt mal Broza ein und dann greifen wir an. Säurepanzer verstärkt die Verteidigung. Alles klar, dann machen wir das auch. Nur bei uns steigt der Angriff und die Verteidigung. Und jetzt machen wir den Durchbruch. Oh, Dunkelnebel. Oh, fuck, das ist so behindert. All unsere Statuswerte werden wieder normal. Ja, das ist bitter. Aber das gilt nicht nur für mich. Sondern auch für den, der es eingesetzt hat, denke ich mal. Ich glaube, dass Dunkelnebel auf alle Pokémon geht. Nicht nur auf eines. Zumindest habe ich das in der Anime-Serie vom Pokémon so in Erinnerung. Könnte aber auch ein Irrtum sein. Naja, was auch immer. Ja, wir haben den ersten Trainer in der Arena, in der Eis-Arena besiegt. Erst schießen mich Kanonen durch die Gegend und jetzt gehe ich umher. Es ist nicht leicht, Orden zu sammeln. Ja, da hast du recht. Es ist immer schwierig, Orden zu ergattern. Die muss man sich ja auch redlich verdienen. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Ja, natürlich. Deswegen bin ich doch hier. Sazult. Saz, äh, Saz, äh, Saz, äh. Alter, habe ich jetzt wirklich Sazult gelesen oder steht da Sazuki jetzt? Alter, das ist immer mit dem Lesen da gar nicht so einfach. Obwohl ich es schon so hingezomt habe, dass man es eigentlich perfekt sehen muss. Also perfekt sehen kann. Wow, Alter. Alter, der hätte mich mit dem Eisstrahl besiegt. Yo, Frigromäti, don't fuck with me. Holy shit, das ist in den Arsch gegangen, Leute. Hätte ich die Robustheit nicht gehabt, wäre ich draufgegangen. Badgirl kann Luftschnitte lernen. Ja, ich denke, dass Luftschnitt eigentlich ganz gut ist, aber das brauchen wir hier nicht. Da ich mit den Attacken zufrieden bin, was sie hat. Also, ne, Fliegen ist besser. Ich glaube, du warst bisher mein stärkster Gegner. Danke für die Blumen. Das freut mich. Ja, weiter geht's. Wurup, wurup. Wäre ich da runtergefallen, wäre ich wahrscheinlich tot. Ich versuche immer ruhig zu bleiben und die Kampfsituation genau zu überblicken. Genau zu überblicken. Ja, mach das. Schadet dir eh nicht. Ja, gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen Schwarzgurt Janis. Alles klar. Schwarzgurt Janis hat ein Petsniff. Ja, das wird George wahrscheinlich jetzt vernichten. Durchbruch. Ja, Level 37 gegen Level 34 ist schon ein Unterschied eigentlich. Aber George ist zu stark. Was? Was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, du hast verloren. Schwarzgurt Janis. Ja, ich gebe schnell einen Trank. Einen Moment. Was zum Teufel? Was? Alter. Ja, der Steuerkort ist sehr funktionsfähig von meinem 2DS. Ja, macht ja auch nichts. Wir haben immerhin noch einen Trank. Super Trank. Ja, jetzt haben wir wieder alles. Ja, mein 2DS ist sehr funktionsfähig. Deshalb bin ich auch so stolz, einen zu besitzen. Weil der 2DS ist wirklich eine Konsole, die immer erfolgreich funktioniert hat. Wie immer ist es das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Ja, willst du jetzt kämpfen oder willst du es nicht? Eine Herausforderung von Kämpferin Elena. Elena. Elena hat Petsniff. Here we go. Let's go. George wird Petsniff wahrscheinlich wieder zerstören mit dem Durchbruch. Durchbruch hat eine Stärke von 75, glaube ich. Und eine Genauigkeit von 95, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir können das eigentlich überprüfen, glaube ich. Ja, Stärke 75, genau 100. Okay, es hat tatsächlich 100. Ich dachte, 95 hat es. Alles klar, wir haben auch Gelatropo zerstört. Sieht aus, als würde George jeden hier vernichten. Wenn du nicht kämpfst, kannst du nicht verlieren, wirst aber auch nicht stärker. Na, das nenne ich ja ein sehr beeindruckendes Motto. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Ne, schaut nicht so aus. Ah, hier vielleicht. Ja, genau. Und jetzt da. Und jetzt da. So, jetzt hier wieder rauf. Und hier lang. Und weiter geht's. Rupp. Alter, manchmal glaube ich echt, dass ich noch unterfalle, wenn ich mich hier zu blöd rutsche. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Alles klar, let's to go. So, da wären wir mal wieder, was ist diesmal, ein Pflanzentyp? Ne, Kämpferin Solveig. Gelatropo. Ja, hier kämpfen alle mit Eis-Pokémon, da es ja die Eis-Arena ist. Ja, ich denke, wir setzen mal Fußtritt ein. Sogar Fußtritt reicht aus. Wow. George ist jetzt schon Level 35. Here we go, Alter. Ja, Karadonis ist generell so ein geiles Pokémon. Ich schwöre, ich liebe das voll. Chewy Testsoe ist aber auch nicht schlecht. Den mag ich auch. Ich mag eigentlich alle zwei Kampf-Pokémon von Schwarz und Weiß. Die haben ja in Schwarz und Weiß ihr Debüt gegeben. Ich fand diese Pokémon immer so faszinierend. Blatsch, ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Und das ist definitiv eine Lüge. Du hast verloren, weil du mich nicht besiegen konntest. Sei wenigstens ehrlich. Mann. Ähm. Ah, okay. Ah, ich verstehe schon hier lang. Ich bin der König aller Karate-Kämpfer. Die Pokémon gegen du gleich kämpfst haben viele Attacken von mir gelernt. Bist du sicher, dass sie sie von dir selber gelernt haben? Oder hast du nicht eine technische Maschine benutzt? Schwarzgurt-Brandon. Oh, Gelatropo wieder. Alles klar. Gelatropo wird hier erneut mit Durchbruch auseinandergenommen. Es sei denn, er hat Robustheit. Oder Fokusband. Dann überlebt er mit einem KP. Oder war das Fokusgurt? Ja, ich glaube Fokusband war das. Auch Schwarzkurt-Brandon hatte keine Chance gegen mich anzutreten. Als König aller Karate-Kämpfe hätte ich viel lieber gewonnen. Ja, das kann ich verstehen. Aber, wie gesagt, mal gewinnt man, mal verliert man. Oh. Ja, jetzt müssen wir hier. Dann geht's hier auf. Ah, ich verstehe schon. So. Oh, wir sind schon bei einem Arena-Leiter Sandro. Das ging aber schnell. Aus deinem Gesicht spricht, die wilde Entschlossenheit, den Arena-Leiter herauszufordern. Nun dann, lass uns keine Zeit verlieren. Alles klar. Lass uns kämpfen. Hannes gegen Sandro. Let's go. Hannes Spiele-Galaxie, wenn dann schon. Eine Herausforderung von Leiter Sandro. Gela Tropo wird von Leiter Sandro in den Kampf geschickt. Ja, Sandro ist ein richtig guter Schauspieler. Jetzt hätte ich gesagt, Sausspieler. Nein, ohne Scheiß. Er ist richtig nice, Alter. Ja, hier setzen wir Brotze ein. Sandro ist richtig nice. Den mag ich gerne. Den gibt es sogar in Pokémon Masters. Ein Handyspiel, falls ihr das kennt. Das ist richtig nice. Ich spiele das richtig gerne. Aber Pokémon schwarz und weiß bleiben trotzdem meine Lieblingseditionen. Oh, Spiegelsalve. Oh, wir haben es abgewehrt. Du bist stark. Nein, du und dein Team ist halt stark, wenn ihr gemeinsam kämpft. Danke für die Blumen. Hypertrank. Ja, das war ja klar. Sandro will seine Pokémon nicht in den Tod schicken. So, ich denke, ein Fußtritt und wir haben gewonnen. Nein, schon wieder ein Hypertrank. Ich verstehe. Sandro mag sein Gelatropo wirklich sehr gern. Sein Gelatropo. Aber das war es jetzt, mein Freund. Aus. Die Maus. Level 36 hat der George schon. Wow. Siberio. Oh, Siberio. Die Weiterentwicklung von, äh, Petsniff. Oh, George ist trotzdem schneller. Boah, Level 39. Das Ding ist jetzt stark, Alter. Oh, Eiszerfagel. Das tut weh. Gott sei Dank haben wir Brot zu eingesetzt. Ja, das war's. Siberio ist auch gefallen. Und jetzt kommt das letzte Pokémon. Und das ist ein... Frigometri. Sein Lieblings-Pokémon. Training ist erst dann auch wirklich Training, wenn man bis zum Äußersten geht. Ja, das ist wahr. Oh Gott. Oh Gott. Boah, ich dachte schon, wir sterben jetzt. Aber stattdessen haben wir ihn besiegt. Alter, wir haben ganz schön viel Damage gemacht. Du und dein Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Diesen Sieg habt ihr euch verdient. Ja, danke für die Blumen. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung. Daher überreiche ich dir dieses hier. Dies hier. Leute, der siebte Orden ist in meiner Ordentasche. Ab. Jetzt. Und das bedeutet, dass wir nur noch einen Orden haben. Holy Shit. Wir haben den Eis zu vorne erhalten. Du hast sieben Orden. Das bedeutet, dass wir nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Nimm auch diese technische Maschine als Zeichen meiner Wertschätzung. Die technische Maschine 79 Eisodem. Geil. Eisodem ist eine Attacke mit Volltreffer-Garantie. Oh. Leute, wir haben den siebten Orden. Oh mein Gott. Das heißt, ein Orden noch. Danach kommt die Siegestraße. Und dann kommen die Top 4. Und dann werden wir den Champion herausfordern. Oh. Alle Spiele Galaxy. Ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie einen Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Avenitia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweiglich das Gefühl, auf das mir nichts von all dem noch zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Um meine Frage zu beantworten, und Schärin, wir sind alle ein Stück gewachsen. Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ich habe dir gerade meine Meinung dazu gesagt. Hast du Seetang in den Ohren? Hör doch mal zu, wenn man mit dir spricht, Schärin. Ja, und Herr Schärin, wir drei sitzen da wohl ins selben Boot. Alle Spiele Galaxy, ich werde mich jetzt zum Pokémon-Fanglub aufmachen. Ich will auch herausfinden, was ich gern mache, und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Belle, und das hier ist Schärin. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Nichts anderes haben wir von der Redleiter von Newayo City erwartet. Selbst Schatten gestalten wie uns, das Finns-Trio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur an der Spielegalaxie mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister GCS will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort vom Meistern erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat denn das zu bedeuten, bitteschön? Hey, ihr! Klärt mich mal auf! Du musst doch nun ein wenig gedulden. Wenn du mich in der Erinnerung herausfordern willst, dann die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunig zur Drachenstiege begegnen. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, nicht? Aber, aber, was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich den anderen Hals hinterher und begege mich auch zur Drachenstiege. Wo soll sie noch gleich gewesen sein? Nördlich von hier oder nicht? Leute, wir gehen jetzt noch mal in das Pokémon Center, um unsere Pokémon aufzupäppeln und dann machen wir wieder Schluss und die Drachenstiege ist unser nächstes Kapitel. Das bedeutet, im nächsten Part geht es um die Drachenstiege. Freut euch schon, Leute! Das wird ein geiler Part, das sage ich euch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Hier zu meinem Kanal, alle Spielegalaxie. Zu meinen aktuellen Let's Play Pokémon schwarze Edition für den stinknormalen DS. Was ich aber auch meinen 2DS Let's Play. Ja, richtig kompliziert, ich weiß. Aber ich liebe den 2DS nun mal von ganzem Herzen. Er ist, wie gesagt, ein sehr besonderes Sammelstück in der Sammlung und auch eine ganz besondere Handheld-Konsole. Für mich definitiv besser als die Switch. Ja. Ja, schaltet wieder ein, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hier auf meinem Kanal, alle Spielegalaxie. Ciao, ciao, ciao.